Wir leben in einer multilateralen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die der Fachwörter und Frechwörter besprochen werden, um Klartext noch für andere zu verschwissen. Ah, nennt ihr das einfach noch Kommunikation? Das kann aber nicht im Sinne in der Winter sein. Was ist damit? Wann gefällt in die Globalisierung endlich die Sprache? Ich seh jetzt einfach nicht ein, dass ich mich jedes Mal wieder fragen muss, wann will mir der Künstler damit sagen? Man hört nur, was man hören will! 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 Wieso hören, Mann, was man hören will? Wer geht euch das Recht an, wenn ihr wollt? Und was treibt euch das? Nehmt euch auch die schönsten Rücken raus und picken! Lasst aber die Kommunikation hören und wollen wir alle reden! Es ist dann auch ein Wunder, wenn die Kinder ran und die Kameraden an die herrschen Position auf diesem Planeten aufstehen! Man hört nur, was man hören will! Fragst du nicht genau, warum es den Arzt schneller hört? Weil man trennt sich so viele Fragen, die gerade von der Künstler auf Da bin ich eher eingetreten! Ist es denn, ich habe ein Problem mit der Kommunikation? Oder können die jetzt nicht langs jetzt andere leben? Ich kann es nicht! Und ich merke, dass auch nicht können! Aber pick man denn, ich halte die Formation, wenn man fragt! Sag nicht, was man nicht hört will!